Hier wird ein neues ca. 190 Quadratmeter Büro zur Miete angeboten. Es befindet sich im Kreis Rosenheim. Das Objekt ist ab sofort verfügbar. Das Haus wurde 2013 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 2850 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.